Hallo, ich bin ein Elefant und mit der weißen Schirm-Display Hallo! Oh, Zombie! Hallo! Und Paluten mit dem Paluten-Rolli Und Zombie ist ein Zebra! Ich bin ein Elefant! Guck mal! Es gab ein Update! Es gibt zwei neue Maps und den Elefant und ich würde sagen... Oh, nee, Vulkan machen wir als zweites, der ist zu heiß. Wir gehen erstmal in den Urwald. Leistes Winter-Update auf jeden Fall mit einem Vulkan. Das ist mir egal, das ist mir egal. Ich muss sagen, ich freue mich echt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jemals ein Update bekommt. Es gibt auch neue Gegenstände. Ui, ui! Das neue Britsch! Warte, wo ist das Ziel? Oben ist der Start! Rechts ist die Münze, die jede Runde da ist und mehr Punkte gibt. Oh, nehme ich an. Direkt so? Ich kann es nicht wegdrehen. Ja! Warte, mache ich so. Oh, um Gottes Willen. Kommt hier irgendwas? Äh, Alter, bin ich totesmutig. Äh, wenn man die Münze aufhebt, passiert was mit der Map. Ach so. Soweit ich es im Trailer verstanden habe. Ähm, das Spiel kommt nämlich auch auf die Playstation, beziehungsweise es ist heute auf die Playstation gekommen und dazu gibt es ein großes Update und deswegen guck mal, wie der Elefant sieht irgendwie tot aus auf. Oh nein! Das ist mein Block! Hallo, auch keiner hat den neuen Block genommen. Du hast ihn auch nicht genommen. Da war ein Block? Ja, da war ein Block. Ich habe es auch gesehen, aber ich habe in dem Moment geklickt. Davor habe ich es nicht realisiert. Warum lügt Zombie? Da war ein Block. Er lügt nicht. Er lügt. Er lügt wirklich nicht. Hä? Er lügt nicht. Das wird doof, Leute. Ja, aber schafft man. Nein! Warum sollt es doof werden? Hier ist doch aber nur ein Boden. Hui! Oh nein! Ohhhh! Oh Gott! Wie ist die? Ich habe dich geschubst! Scheiße, Scheiße! Ich habe dich weiter geschubst! Was? Ach, Palöcke! Wie ist denn die Hitbox von dem Elefanten? Weil bei mir hat mich dieser Puck hundertprozentig getroffen, aber ich glaube, nicht alles von mir zählt. Ich war erster. Ich bin richtig. Nicht alles von mir zählt. Oh, neuer Block! Neuer Block! Ohhhh! Hä, was ist das? Das ist so der Ball, der schwingt da unten so lang. Und haut Leute tot. Er kommt aber nicht mehr zurück, oder? Wo? Das ist dieses Ding dort unten, das ist der Altarne-Hitbox. Ansonsten kann ich machen, dass man unten drunter durchsliden kann. Ich verstehe das nicht. Ja? Warte, wir machen das mal. Probier's. Und ich mache da einen Fahrstuhl hin. Okay. Oh Gott, kann jemand mir den Screen da unten machen? Kommt man da überhaupt rüber? Zum Beispiel? Oh nein! Man muss echt warten! Ich habe keine Ahnung, ob man da rüberkommt. Ist das ein Grat? Ein Abrissbirne? Kann man denn da hin? Ich glaube, das geht gar nicht mehr, oder? Auf die Puckmaschine! Ne, das geht nicht. Au! Hallo! Oh! Wie der Elefant aussieht, wenn er sich tut! Hui! Wie so ein Ogre, finde ich. Wie? Was? Das ist bei mir gar nicht getroffen. Bei mir ist er in den Ball aufgestanden. Ich habe es nicht mitbekommen, aber es kann sein, dass ich in den Ball aufgestanden bin. Was ist das? Ein Zama? Ja, ich habe etwas Neues. Hier! Hui! Was ist das? Vielleicht dreht sich das nur. Vielleicht ist es Kleber und Dreh gleichzeitig. Mach es an irgendwas. Ne, nicht an das. An irgendwas, was ich... So. Warte. Macht es irgendwas? Das ist wahrscheinlich halt so ein kleines Dreh. Oh, ich muss husten. Niesen. Oh, doch nicht. Nein! Nein! Das Ding ist im Weg! Oh! Hat Maudar einfach die Map kaputt gemacht. Hä? Das war nicht ich. Das war... Manu hat das Ding platziert. Ne, das war es du und das war es in alle. Nein! Los, Zombie, du schaffst das! Nein! Wieso lebe ich da auch? Hey! Ich lebe noch! Ich lebe! Oh, Manu ist erst stylisch. Ja, mit dir kommt keiner zu. Manu ist erst stylisch gekleidet. Alter, wir stellen die Punkte da durchballern. Punkte kommen schneller. Alter, das Spiel wurde ja gepatcht. Was nehme ich? Das. Ja, mach das Portal, dass man da reinkommt. Da müsste man am Ziel. Ja, ja, nein! Obwohl das geht, oder? Man kommt dann zur Münze. Wenn man durchs Portal nach oben rechts. Außer ich mach jetzt zu. Nein, nein, zum wenig! Mach was witziges! Jetzt kommen wir nicht mehr durch. Nice! So, wo? Jetzt kommen wir einfacher durch. Jetzt kommen wir erst recht. Obwohl, ich weiß nicht, was das Training macht. Ja! Das kleine Loch! Das hat mich erdrückt! Au! Ui! Ah! 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 Oh, das schwarze Loch! Oh, die Map ist cool! Die Map sieht cool aus. Sieht cool aus. Und man kann es von Anfang an schaffen. Deswegen macht man dann Hindernisse im Weg. Das ist eigentlich lustig. Haha! Ich bin auch sehr enttäuscht, dass Maudado die neue Map nimmt und nicht Pyramide. Ja. Auch menschlich. Hallo? Wofür hab ich jetzt die Bombe genommen? Ich hab die auch genommen. Nein, nicht so. Ich tue es nicht. Doch! Ich will doch sehen, was mit dem Ding ist. Weißt du? Hä? Münze! Ah! Ich will sie! Oh Gott, das will! Oh Gott, das will! Hol die Münze! Nein! Nein! Was zur Hölle? Ich dachte... Ach, das ist... Hol die Münze! Ich weiß, was das ist. Ja, du hast die Pfanne ausgelöst, dadurch, dass du die Münze geholt hast. Indiana Jones-Style. Oh Gott! Au! Den kann man gar nicht mehr sammeln, oder? Ich dachte auch bestimmt. Hat bestimmt ne große Hitbox. Okay, diesmal darf jemand vor und sterben, dann hole ich die Münze, okay? Okay. Ich muss sagen, das Zebra ist einfach ultra cool, Zombie. Danke. Das schaff nicht. Ich komm aus Afrika. Nee, die Brille ist aber stylisch. Und Paluten hat auch nen coolen Hoodie. Hat 1 Euro gekostet. Meiner 1000 Euro ist ein Jizzy-Bug. Obwohl, ich will sie doch! Oh. Ah! Aua! Oh! Ah! Kommt jetzt nichts mehr, oder was? Oh! Schnell Palette hol's! Au! Was? Was? Was war das? Schnell Palette hol's! Oh nein! Oh nein! Das Ding! Ah! Nein! Wie traurig! Ich hasse die neuen Items! Aber die Zeichnungen sind neu, oder? Da links. Zeichnungen? Wo? Ja, links, wenn die Punkte da stehen. Ja, die vom Elefant ist auf jeden Fall neu, weil den gab's davor nicht. Ja, das ist klar. Aber diese Abrissbierne bringt mich jedes Mal um. Ach nein! So. Jetzt zerstört alles von mir. Ja. Wir haben's komplett safe gebaut, ja. Au! Oh! Oh! Okay, zwei schon weg. Los, Rodardo! Ja! Ich hab's! Ich hab die Münze! Ich hab die Münze! Oh nein! Und runter! Nein! Hä? Ja, Alter, genau. Genau. Alles klar. Das zählt nicht. Oh! Das zählt nicht! Ich hab's geschafft! Leute, ich bin im Ziel. Okay, zählt einfach als Münze. Ach so. Aber ist jede Runde wahrscheinlich da. Ja, ist wieder da. Oh, noch ne Münze. Was spreng ich? Was hat Manu gebaut? Gar nix. Hier. Oh. Oh. Zombie, los. Setz das Portal irgendwo hin. Wo es lustig ist. Obwohl. Hä? Hä? Weiß nicht, mit welchen es sich verbunden ist. Ah, da neben dem Staat. Hat sich's verbunden. Aber das ist unsafe. Hä? Das hat sich mit dem unten rechts verbunden. Oh! Ach Scheiße! Danke! Hä? Da ist zu? Wer hat da zugebaut? Äh... Oh. Ich weiß. Oh Gott. Oh nein. Hey das ist doch... Lass dich durchquetschen. Oh. Ja. Ja nice. Oh du kannst es schaffen. Oh oh. Oh oh. Wo ist Manu? Heidewitzka. Ja. Ja. Boah! Knapp. Ja. Ja Münze, ja. Palette du schaffst es. Ja. Du aufholjagd jetzt. Oh, was ist das gewesen? Da war was neues. Da sah sauneis aus. Da war zwei neue Sachen. Oben links war auch noch was neues, aber ihr habt es ignoriert. Also wenn es so funktioniert, wie ich denke, dann ist es echt cool da. Oh nein. Vielleicht hätte ich das nicht gesehen. Aua. Ich bin tot. Ich habe die Münze. Du auch? Nehmen wir schon den Stand. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Und jetzt sind wir alle tot. Außer er backt sich da irgendwie durch. Ich guck gerade. Ich müsste halt mit der Treppe. Vielleicht kann es sich ja trotzdem durchschieben. Oh Gott. Ich muss noch eine Umdrehung warten. Ah, das ignoriert sogar der. Ach cool. Aber ich glaube, ich werde instant weggepustet. Ne. Oh. Aber der fand sich richtig lustig aus. Oh. Mox ist also der Delfin. Der Elefanten. Delfin wäre aber auch geil. Ja, das stimmt. So, weg. Obwohl. Was machen wir weg? Ne. Das kommt man nicht durch. Ja, irgendwas muss durch. Das ist oben das Zeug. Machen wir das oben drüber weg. Ne. Man kommt ja nicht oben. Ich glaube, ich muss das hier weg machen. Doch, oben. Das ist einfach das Fass weg. Ja, das geht auch. Ja, das ist gut. Hä? Und jetzt? Ich will. Ich weiß nicht, wer hat. Oh nein. Ah. Ah. Was? Du hast es geliebt. Bitte diese Chance. Ja, hol's dir. Bitte. Genau, schön du um. Bitte. Ach man. Mann. Aber wie geht das da? Ach, indem er vielleicht dich da reinbouncet? Ja, ich würde einfach mal einmal gegenbouncen. Ja, genau. Also ich würde einfach mich oben reinfallen lassen. Das schaffst du nicht. Lass dich mal oben reinfallen. Drück rein. Wie rum reinfallen? Gegen dein Ding. Gegen dein Ding. Nee, ich würde ihn in den Ventilator reinfallen lassen. Und dann baust du gegen und dann nach links. Wo ist das so stark? Nein, das busiert doch ganz leicht. Es hat mich gar nicht komplett rechts gedrückt. Ich wollte einfach nur ins Ziel, damit ich wenigstens einen Punkt habe. Sorry Paluten, ich schenke dir einen. Nee, ich will keine Ahnung. Kannst du gar nicht. Ja, ja, Manu. Und jetzt? Was machst du jetzt? Wieso? Okay. Die können... Die ist schon vorbei. Die ist jetzt schon vorbei, oder? Ich will, dass die so verzögert stehen. Ja, mach das weg bei uns. Dann kann man's schaffen. Ja. Ich will trotzdem die Punkte. Oh, Scheiße. Oh Gott, es sind ja die Fallmaschinen. Ich hab's fast vergessen. Ich will einfach nur ins Ziel. Ich will einfach nur ins Ziel. Oh, ich bin im Ziel. Hä? Achso. Ist er ja schon alle tot? Ja! Der Elefant gewinnt! Du bist der äußermative Elefant. Oh, mein Traum wird wahr! Oh, mein Traum wird wahr! Äh, ja gut. Dann gehen wir in den Vulkan. Vulkaaaaan. 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 Oh Gott des Willen. Ey, ey, das ist echt... Du bist in ein Jahr gekommen, Alter. Ich bin einfach alt geworden. Da, indem du die Brille auf hast, sind einfach deine Reaktionsscheiße geworden. Ich mach dich stolz, Manu. Ich baller die einfach hier so gerade runter vorm Ziel. Aber wir müssen nach oben. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Was ist das? Äh. Tschüss, Mordado. Oh, hallo Mordado. Ich bin ein Elefant. Huiiii. Alter, das Elefant ist groß. Du musst dich ja nicht mal beeilen. Ah! Äh. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Das wussten wir nicht. Ach, Mann. Ach, Mann. Bring einfach runter. Nein. Kann man das schaffen? Oh, Mann. Nein. Doch! Nee. Kade. Dann braucht's auf jeden Fall irgendwas. Das müssen die uns doch sagen. Ja, uh, nein. Das haben sie bis jetzt in jedem Level immer gesagt. Ja, eben. Vorher... Ja, ich hätte da mal eine Wall of Text. Text-Wall. Alter, Manu. Bin wieder jung. Alter, eine Mini-Plattform. Die bringt uns zum Ziel. Die bringt uns zum Ziel. Was mach ich dann mit der hier? Oh. Verboten sein Ding ist da. Nein, lass auf die Plattform ballern, Manu. Auf der man steht die ganze Zeit. Oh, nice Idee, Alter. Nein, ich meinte die kleine, auf der man wartet, bis man oben ist. Nice Idee, Alter. Geil. Alter, die Action. Hallo. Lava, lava, lava. Tschüss. Huiiii. Huiiii. Und jetzt? Und jetzt? Scheiße! Äh. Jaaaa! Okay, jetzt ist es nicht mehr schaffbar. Das Zebra hat den Vulkan-Gott glücklich gemacht. Hallo. Okay, okay. Ist es möglich. Ja, ist es. Ich will nicht... Rechts ist ja... Achso, ich wollte rechts die ganze Zeit dranbleiben. Achso, ne. Aber... Das ist dann tot. Das hat nicht geklappt. Ja, ne. Geht wieder nicht. Muss auf das Timing warten. Okay. Und wie lange muss ich so warten, durchschnittlich? Wie ist so die durchschnittliche Wartezeit? Du hast schon eine halbe Stunde gewartet, scheinbar. Okay. Ja, ich hab mir was... Jetzt könntest du... Ja, es wird auf jeden Fall mit dir hoch. Jaja, genau. Jetzt geht's auf jeden Fall. Äh... Wow. Alle erster. Wie immer. Ich bin begeistert. Hey. Oh, ihr habt noch so ne... Plattform. Oh, wie cool. Kann man da was dranhaften? Ja, stimmt. Clever. Haft die Abi. Haft die Abi. Haft die Abi. Wirst du im Ferrari sitzt? Wirst du, wer der Babu ist? Hui. Oh, Gott. Die Kamera gerade aber ganz... Guck mal, die ist viel cooler als die da unten. Guck mal, ich bleibe hier drauf. Oh, kacke. Die andere ist schneller. Ja. Ah! Äh... Niemand hat mir gesagt, dass Lava-Plattformen rutschig sind. Gefällt mir nicht. Warum... warum bin ich überhaupt hier? Bin ich dull? Oh. Ach, ich fällt da hoch. Och, Mann. Ja, Paluten. Ich fiel... Feel you. Hä? Alter, war ne Plattform. Oh nein! Ach, der kleine Elefant. Ich bin der kleine Elefant. Maudadu. Wie macht man ein richtiges Geräusch? Hörööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das wundert mich auch gerade und wird geändert Löschen gemacht ich machen an muss die Gegend das wäre so ein geiles easter egg wenn man da so zehn dinge Dagegen macht es ja oder wenn man jetzt mikrofon puste das ist dann das an den kommenden ja weniger wird Die sich hier bewegen bin ich hier gelandet Lava plattform Rutschig Scheiße oh ja gott sei dank Oh Gott Warum geht jetzt der Pfeil durch den Spike Hier wird geändert wurde halt Ja scheiße und jetzt? Ja tut zuerst ich chill hier Viel Spaß bis dann Tschüss Manu Ich hab ne Idee Warte Was Das war nice Aber Manu hat sich zuerst getraut und die Punkte verliebt Das Wasser hält das einfach auf wie dumm das ist Ach stimmt Warte dann hab ich auch ne Idee Okay Achso Ja hä Deine ging glaube ich einen Block weiter Ja Gott Manu Gott des Rukans Ja Obwohl es dein Lieblings Item war Warum hab ich das blöde Portal genommen Genau Ist doch cool jetzt bist du richtig dufte Richtig cremig bist du Ich hab ne Idee Oh nein das geht Käsig cremig Eins weiter links Schimmig cremig Aber der klebt doch nicht oder? Doch ich glaub schon das ist zwei Blöcke oder? Ich glaub der klebt nicht Der verarscht dich Ich glaub Samuel lügt Ich glaub der Vulkan kontrolliert sein Gehirn Nochmal Oh nein Ich hab nicht mal gewartet weil ich nicht mehr an der Kacke sterben wollte Okay Ja gut aber jetzt ist es ja machbar Nein Oh nein ich aktivier's Leute bitte Trag mich rein Los Samuel du schaffst das Und Aber wo ist Palette Der cremige Ja Bei mir wurdest du getroffen Wie schnell diese Punkte kommen Pow pow Scheiße man jetzt muss ich mehr Gameplay aufnehmen Ich wollte es doch festnehmen Nein Ey Haben wir verloren? Ne wir haben wir nicht verloren Ach du machst das ja das Doming hier Oh Gott ich seh nicht mehr wo ich längs geh Oh Gott ich soll Oh Oh Hä Hat deiner Honig hingemacht oder was war das? Nein wir sind einfach abgerutscht Oh Das war merkwürdig Oh Kann jemand mir helfen? Ich muss meinen Fehler korrigieren Okay Geht nicht das was im Weg Hä wie kommt das denn dahin? Ach Manu Kannst du's Aber du kannst es nach unten machen Es geht doch eh Dreht sich doch eh komplett Warte ich mach jetzt hier eine Plattform Und dann kann man Oben aus dem Vulkan rausklettern Oh ja immerhin Das ist mit von Leo Gottes Willen Oh Gott hier ist ja echt Eis Oh Gott Oh Gott Wer hat das dahin gemacht? Oh Warte fürs Ende Wo fahr ich gerade hin? Mann In den Tod Oder auch nicht Hä? Zombie nein Nein du bist abgeschoben Nein Ich will dich Oh Gott Zombie Pass auf dich auf Warte ich geh mal da drauf Oh meine Plattform Nein Nein Ich will wieder auf meine Ja Oh Mama Er hat es geschafft Mama Nein Oh Mann Aber Palette Der cremige ist noch übrig Du schaffst das Oh Gestolpert Oh Und das ultimative? Nö Nicht Seepron Nö Ui Dachelding Äh Zack Da ist noch ein kleines Fitzelchen Von einer Plattform Gott Der Vulkan ist echt krass geworden Boah ich wusste wieder nicht wo ich bin Hallo Ah Super Abkürzung Äh Was mach ich jetzt? Ui 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 Ah nee da ist Stachel dran Oh 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 Ah Da waren mir zu viele Pfeilen oben Kann ich bitte nochmal Kann ich bitte nochmal Kann die Kamera einfach nochmal hochzoomen für mich Damit ich sehe was mich da oben Okay Rot und Verderben erwartet mich da Warte wir gehen so So Und dann nochmal runter Und dann nochmal runter Nochmal kurz warten Boah ist das ätzend geworden Ich muss nochmal eine kur- eine Runde abwarten Warte nimm die Lava Plattform Nein nein der Heubein ist mein Freund Nimm den Honig mit Bin ich hochgehüpft Upsi So Aber es vergleicht nicht aus Perfekt Nice Ah die haben die Räder anders gemacht Die Räder? Die sehen anders aus Die Räder? Die die ähm Das Sägeblatt Ob wir das nochmal schaffen werden? Ja 100 Zombey Ey Was Was ist denn? Zombey hasst mich Der Stacheldraht wird mich jetzt töten Ich dachte gerade schon so Hä was habe ich getan? Zombey hasst mich Ich wette der tötet mich Ich warte hier oben Das riskiert mich Komm hoch mal Juppe Abkürzung Jaaa Boah Oiii Oh ok Was muss ich Hä? Was hat mich getroffen? Hat mich verprügelt Weiß einer was mich getroffen hat? Ich weiß es nicht Nee guck in Maudados Video Ja guck mein Video Ich guck dein Video echt Was war das? Oh Jetzt Was ist mit Zombey? Scheiße Au Hä? Zombey gritts bei mir ultra rum Der leckt Durch die Gegend Zombey hackt Jaaa Zombey Alter Jaaa Also mich wunderts nicht Du bist bei mir so innen Wuuuuh Jaaaah Jaaaah Das ultimative Zebra Ja Leute Brrrrr Pferd Ich bin kein Pferd Hallo Du bist ein Zebra Zebras macht Ja aber da steht Pferd Was? Okidoki Ja gut Leute Schaut bei den Anden vorbei Zum Beispiel Paluden Der hat einen Youtube Kanal Wisst ihr wer auch einen Youtube Kanal hat? German Display Und wisst ihr wer noch? Zumbe 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 Tschüss 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 Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist